In diesem Video zeigen wir, wie an die Basis der Funk-Türsprechanlage TF04 eine Außenstation neu eingelernt wird. Im Set ist die Außenstation bereits eingelernt. Neu einlernen müssen Sie in der Regel nur, wenn die Türsprechstelle ersetzt werden soll. Versorgen Sie die Außenstation zunächst mit Strom. Entweder über ein 12-Volt-Netzgerät oder über zwei 1,5-Volt-Batterien. Auch die Basis muss mit Strom versorgt werden. Für das Einlernen benötigen Sie einen spitzen Gegenstand, zum Beispiel einen dünnen Schraubendreher oder eine aufgebogene Büroklammer. Auf der Rückseite der Außenstation ist eine gummierte Fläche. Hier befindet sich ein kleiner Gummistopfen. Entfernen Sie diesen Gummistopfen. Darunter befindet sich die Paging-Taste zum Anmelden der Türsprechstelle. Jetzt müssen Sie mehrere Schritte gleichzeitig bzw. schnell nacheinander ausführen. Drücken Sie zunächst auf die Ruftaste an der Außenstation. Lassen Sie es mindestens viermal läuten. Auch an der Unterseite der Basisstation befindet sich eine Paging-Taste. Drücken Sie jetzt mit dem Schraubendreher auf die Paging-Taste. Dabei spürt man einen kleinen Widerstand und es ertönt ein kurzer Piepton. Halten Sie die Taste gedrückt, während Sie gleichzeitig auf die Paging-Taste der Basisstation drücken. Halten Sie beide Tasten für ca. 7 Sekunden gedrückt, bis ein zweiter kurzer Piepton zu hören ist. Darauf ertönen noch einmal drei Töne. Zur Kontrolle können Sie nun an der Außenstation läuten. War die Anmeldung erfolgreich, sollte es nun auch am Mobilteil klingeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017